In diesem Video werden die meistgeschauten Videos auf YouTube gezeigt. Mal schauen, was auf Platz 1 ist. Okay, die haben jetzt schon 3 Milliarden Views. Okay, Perfect von Ed Sheeran war da hinten. Let her go. 3 Milliarden Views. Dieses B verwirrt mich immer. Ich denke immer Billionen, aber ist dumm. Warum haben die Amis so ein anderes System, Digga? Warum haben die für alles ein anderes System? Das ist zum Kotzen. Okay, scheiß drauf. Okay, 3,44 Milliarden Views hat jetzt so ein Kindervideo, Digga. Krass, sorry von Justin Bieber auf Legenden Video. Habe ich auch gesehen. Damit du Kosita, äh, äh. Fast 4 Milliarden Views, das gibt es nicht. Schon wieder ein Kindervideo? Schon wieder ein Kindervideo? Hä? Warum so viele Kindervideos mit 5 Milliarden Views? Stellt euch das mal vor. See you again, war gerade Shape of You, auch Legenden Videos. Und jetzt, was ist jetzt auf Platz 1? Nicht Espacito, Nandas? Nee. Oh, Baby Shark. Oh, Baby Shark. Oh, Baby Shark. Oh, Baby Shark.